ich bin nicht länger als also viel länger als nicht über zwei stunden ja reicht denn ja auch die born haben ist nicht gut also ja finde ich auch ich nutze die auch recht gerne auch bei dem meuchler war die richtig angenehm ich weiß noch als kind früher wenn es dann hier ist noch ein bisschen mini munition wenn meine eltern gesagt so jetzt aber mal schluss mit computer und ich dachte immer warum aber es erwachsener ist es gar nicht so schlimm wenn man das stimmt richtig habe das sehr gut das war eine gute idee das schmeckt gut gucken welche richtung hier weiter aber die runden heute waren echt gut ja die sind echt spannend also es gibt echt so richtige kämpfe und wir sterben auch nicht gleich ich freue mich auch immer wenn ich dich dann wiederbeleben darf ich das so zum beispiel umgedreht kenne ja ja jeder ist dran ja du hast mir das klopapier geklaut und nein was ich sage ich habe gerade zu dem zombie gesagt du hast mir das klopapier geklaut die deutschen und ihr klopapier das recht witzig definitiv auf mich wurde geschossen ich habe aus dem graben ok es waren sie sind hunde saaten mutis platt aber hast du von da hinten das war das ist hinter dir da kommt wir kriegen klopapier ach du scheiße mal gut dass der neu ist jetzt bin ich fast gestorben vielleicht gibt es irgendwo so ein heilungskid durch den spritze geben ich habe ja selber aber ich bin immer zu geizig das kann ich besser gebrauchen wenn wirklich gegner da sind ich bin mal den dicken weg gerade hier ist doch oft hier ist doch oft so dass sie so ein verbandkasten rumliegt eigentlich schon mutti oh scheiße die wird es mir jetzt auch gott ich sterbe ich habe es mal platt gemacht ja die setzen entweder eine mutti hin oder was haben sie oder hier den typen den man mal so gerne messern ja hier ist die kasse ok aber keine heilung heilung ist ja auch auch sehr gut ist dann doch guck mal ob hier oben noch munition ist aber jetzt bin ich geheilt und 1000 dollar habe ich aus der kasse zu alter das ist nicht mal dekadent dann kannst du in dem spiel jetzt so 300 jahre warten und dann kannst du eine grafikkarte kaufen hat der 1000 dollar ist aber fett ja das wundert mich jetzt auch gerade aber ich habe gesehen bei meinem nächsten level ist es so dass ich 1000 dollar wieder bekomme wenn ich gelevelt habe also die nächste stufe erreiche dann macht ihm mal weg rechts wird geballert die liegen drei vier zombies rum und keiner steht von denen auf das aber das aber echt leben das war ich ja noch nie erlebt doch immer so dass einer auch steht und schlechte laune verbreitet definitiv ich habe eine haftbombe ja brauchte ich gar nicht ich habe echt das gefühl dass sie so programmiert haben wir gerade nach jetzt dass er dann angreift ist auch noch ein bisschen munition kleine ich löse mal den scheiß hier ist auch noch verbann zeug falls du brauchst im moment noch nicht hier ist ja noch fetter ist ja cool den spreng ich mal in die luft ja mal schönen haftbombe ist noch ein fetter jo und hier war irgendwo eine mutter die habe ich gesehen da war jedoch keine mutter habe ich was am auge ach doch da ist ja noch einer hatte man nämlich mal die andere haftbombe ok er kommt zu dir ich weiß es läuft damit darf momentan sind alter das war gut ist auch blödsinnig also wenn ich hier ist auch klar munition ja wenn ich ja wenn ich grün bin und ich blute kann ich mich verbinden aber wenn ich grün bin kann ich mich nicht verbinden das auch seltsam die haftbombe macht übrigens auch blutung schaden ich habe geblutet als es explodiert ist aber ich habe nicht viel abgekriegt aber trotzdem ja das ist natürlich auch krass hinter uns hinter gelaufen scheiße das war auch er hat mir ja auch schon das rot angezeigt dass gefahrenfahrzug ist wenn ich die jetzt werfen ja aber es war nicht schlimm also ich ist auch kleine munition aber super so ab zur spinne so da gibt es noch mal fett munition der wagen vielleicht wieder kämpfen da fünf leute genau zeigt wieder einer sein schrotgewehr da muss erschreckt man sich aber auch nicht so witzig aber ich wollte ja sogar die demo zocken von resident evil 3 aber ich habe gedacht nee ich möchte den überraschungseffekt haben ich zog es jetzt so halt noch ja oh gott ganz viele muttis ach du scheiße zwei stück so sind wir ja gleich da oder manchmal ist ein wort zu ich sehe gar nicht der star jetzt kann er ankommt tot und ich fange an nachzuladen ja ich dachte es auch wenn man schöner balken hat schon immer brett vom kopf aber man balken weniger dass der scheiße verbrauchst du wieder eine haftbombe dies mache ich sogar eine haftbombe mit so einer klingel dran was das denn das ist so ein ablenkungs ding das wenn du irgendwo hinschmeißt dann schießt das so rum und nein da ist noch mal hier ist auch munition ich renne da mal hin und hol mir die macht hier ist auf verbandszeug falls du brauchst jetzt nicht mehr rein da ist der wasser teufel so das schaffe ich ohne dass er mich erwischt die spinne ist auch schon wieder tot wir sind das gemacht ich glaube da wird wieder drin gearbeitet ja ich bin noch kann ich sie gar nicht verbannen ja hier hinten ist auch die tür auf hier wurde auch schon munition genommen ich gehe mal rein komische wieder keiner drin hier oder lieber vorsichtig immer wenn ich sowas sage passiert das gegenteil nachgeladen habe ich geht es hier nach oben oder eigentlich warum das kann ja hier nicht alles sein der winzige raum gerade hier muss doch dann einer sein ich meine rennt auch keiner weg hier machen wir mal zu hier scheint es nicht nach oben zu gehen wie ist das denn das ist ich bin verwirrt ja es gibt dann nur zwei türen hier aber es ist um stehen sogar kisten das irritiert mich so komisch ich sehe auch keinen toten hier ach doch einer tot zwei sind tot oh da habe ich gesehen auch das ist ja schön gucken was es gibt einmal verbrauchsgüter mal gucken was man dem anderen gibt 50 also sind sie ist das hier so eine suizid sekte oder ich weiß auch nicht das sind schon das zweite mal okay für viele die neu sind ich meine wir haben am anfang auch ganz schön gekämpft ne ja allerdings ich finde eine schöne waffe ergattert ich freue mich mal gucken wie lange okay willst du auf die tür aufpassen dann passe ich auf diese andere ich pass auf die auf und ich passt dann auf die hier auf woanders können sie ja nicht wenn sie die tür links aufmachen das hör mal das ist ja so mit diesem drehen vermute nur dass sie übers dach reinkommen könnten aber tja dann haben wir wohl pech verbannung 91 prozent es geht aber fix jetzt gott nach draußen ist wieder so weit weg es ist ganz oben okay ich habe meine trophy okay die haben uns verdient ich auch ja dann würde ich sagen müssen wir wieder ganz nach oben und da werden wir jetzt die ganze zeit gejagt werden das ist richtig gut wie beim letzten mal ich freue mich auch allein schon wenn ich dieses plätschern höre wenn er einmal kurz auftaucht dieser wasserteufel dann habe ich schon die schnauze voll müsste verboten werden in diesem spiel hier rechts der wasserteufel und hinter mir ein zombie noch gut gegangen beste leben gut geht es wohl weiter ich mache mal blick sieht gut aus da ist ja gut e you hauscht ich habe da ist das ich habe keine mutterung so schlecht auch nicht mit auch gedacht er zündet mich an aber es ging noch ganz gut es macht bei der bornheim echt sinn die wirklich leer zu schießen und dann nachzuladen weil dann max wechselte einmal das magazin ja das stimmt und verschwendest du dann auch keine kugeln sie gut aus sehr gut ja ich bin manchmal nicht sicher ob das zombies sind oder gegnern ich habe jetzt auch noch drei sekunden diesmal haben wir ein bisschen mehr aufgehoben letztes mal zu verschwenderisch gewesen jetzt muss die andere noch mal nehmen die hat natürlich die kleine bornheim hat auch nur zwei vier sechs schuss bei 5 lc haben wir nur ja oh man das macht hier keinen spaß ich das wasser das ist wirklich nicht so dritte sekunde ist auch vorbei habe ich auch nichts gesehen okay wir sind schon ziemlich nah dran ich drehe mich gleich noch mal um weil und zombie läuft hinter mir hinterher oder okay dann benutze ich auch mal die sicht eingesehen jetzt aber das ist manchmal funktioniert das irgendwie nicht so gut ich habe das auch manchmal wenn wir die blaue sicht suchen irgendwie dass ich mich einmal drehen und ich sehe nix irgendwie gerade so wenn gebäude vor allem sind und dann geht es wieder irgendwie ich habe keinen gesehen da guter schuss ich habe jetzt auch noch mal zwei sekunden gucke ich noch mal zwei sekunden sind auch verbraucht sieht sehr gut aus ich glaube wir kommen gut raus das ist ja cool ich bin überrascht letztes mal was irgendwie wieder 23 sie wollen blockiert ne scheiße genau und sieht sehr gut aus jawohl geile runde jubel müssen wir auf jeden fall